Wir schauen uns erstmal kein Konzept an hier, Digga. So, let's go. Sag mir doch mal, wo ich meine Facecam hinmachen soll, einfach. Digga, Kevin kriecht so hart rein, damit er mal in irgendeiner Compilation drin ist. Ich sag's so, wie es ist, hungriger Hugo, fick dich ins Knie, fick dich ins Knie, benutze nicht mehr meine Clips, ich bin jetzt wie Montana Black. Mich nervt's einfach, Digga, mich, mich, mich nervt's einfach, Digga, wenn der, da kann man, da kann man den Kanal gleich in, der Kevin 2, 200, wir machen jetzt voll, 100, komm, komm, komm. Die Clicks, ich mach Memes für die Kids, stecke so viel Arbeit in die Vi- Alter, der war krass. Mhm. Oh nein, geht es mal. Fütter mich. Digga, ist das widerlich, Alter, ist das widerlich. Schickt mir gerne, schickt mir gerne. Digga, Mann. Ich schwöre, es gibt Streamer wie Amar und mich, die sind einfach zu klug. Die sind einfach, ich sag das immer wieder, die sind einfach zu klug, um in so Lost Compilations reinzukommen. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben unser, unser Hirn, unser Hirn ist einfach zu, zu, zu big. Wir sind einfach zu smart. Wir sind einfach fucking Five-Heads, checkt ihr, was ich meine. Digga, jetzt ist mir auch scheißegal, die Facecam bleibt da, wo sie ist. Check die Clicks, ich mach Memes für die Kids. Achtung, AHH! Die bleibt auch genau so ausgestattet. Oh oh, oh oh, oh oh oh. Oh nein, Digga, oh nein, das war's, mein Fuß. Leon, wirklich, also Digga, halt deine, ach komm. Stell dir vor, du hast überhaupt einen Winkel, wo du überhaupt gut aussiehst. Eben, Junge. Imagine, what the fuck. My man, kann ich einen Lady? Meine Schokoseite, bitch, ich hab gar keine Seite, what the fuck. Ah, Digga, Mann, der arme Danny, der arme Danny, Bro. Fuck. Ich hab nichts blöd gesagt und ich hab... Pio, Pio, wie du bist, yo, Olli. Pio, wie du hast das Internet neu entdeckt. Versteh ich jetzt nicht? Wer ist das hier? Digga, oh mein Gott. Wie kann man den denn nicht kennen? Boah, jetzt muss ich grad überlegen, Digga, jetzt nichts... Monaco. Kann ich jetzt machen? Ist Polen nicht andersrum? Oder ist Polen so rum? Ist Polen andersrum? Monaco. Nicht Polen. Hä? Sieht grad irgendwie für mich ein bisschen komisch aus. Ja, Monaco. Es ist andersrum, Digga. Wie heißt sie jetzt da? Sie heißt Gina. Ich schwöre ganz ehrlich, ich wünsche einfach, dass Nico und diese Frau wirklich glücklich werden und dass Nico auf jeden Fall nicht vorzeitig Vater wird, weil... Man muss es auch einfach nicht verargumentieren. Es reicht einfach schon, sich diese Face anzuschauen. Gina. Ich guck was. Hä? Ich will auch gucken. Wie heißt die auf Instagram? Gina Inscope. Wie heißt die auf Instagram? Kuss am Sarah? Hä? Hä? Wieso kommt... Ist die das? Gina Inscope und dann kommt hier Kuss am Sarah. Hä? Das ist eine ganz andere... Das ist eine ganz andere... Gina... Gileit... 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 Gina Leitschek... Gina Leitschek... Leitschek... Instagram... Hä? 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 Gina... Die gibt's nicht! Die gibt's nicht! Ah! Ich hoffe, dass Nico und Dibi... Ähm... Ähm... Also, dass die glücklich werden, ja. Okay. Wir machen heute Abend auch wieder einen Workout. Danny ist auch wieder dabei. Heute Abend noch eins. Ähähähäh! Ja. Was war das für eine Lache? Boah, Digger. So, ich weiß nicht... Was war das gerade? Hä? Ich hab die gepflanzt und die sind direkt groß geworden. Boah, Digger. Wie kann man so dumm sein? Oh, das ist geil. Nein, ich hab die aufeinander gepflanzt. Oh, das ist geil. Okay. Oh, oh. Ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Dokumentation. Die werden wir uns dann, denke ich, mal morgen reinziehen. Ich seh mich eigentlich auch mal so Und es gibt dann Leute, die machen das on purpose Und stellen sich bestimmt dumm und dann gibt es Leute wie Kevin, die wirklich nichts dafür können und absolut dumm sind. Wir können eine Kahootrunde machen. Hä, woher kannte ich denn? Kennt man den? Ist das Felix Barr? Tomatolix? Wer ist das? Ist das Tomatolix, als er auf Teilen war? Tomatolix? Oh mein Gott, den Sound hat noch nie eine Frau bei mir gemacht. Geh mal rein. Unge, Kappa, natürlich. Ah! Was? Jutro! Wenn nichts vermüllt wird. Wenn irgendwo was liegt, wird hinzugeschmissen. Das ist wie draußen, wenn man irgendwo was hinstellt. Habt ihr gesehen, Chat? Eine ältere Dame, aber ich bin jetzt kein Guildhunter. Achtet mal auf ihren Knackarsch. Okay, Carsten? Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Checkt die Klicks. Ich mach memes für die Kids. Ich stecke hier so viel Arbeit in die Videos. Sieht man das? Sieht man das? Boah, Digger, ich schwöre dir, wenn du nicht endlich dein Gottverdammtes Outro fickst, Digger, es ist alles absolut schissen, beschissen ist es einfach an diesem Outro. Es ist einfach, diese Form, diese Form, das ist nicht mal ein Quadrat ist das, Digger. Das ist, was soll das? Das ist noch ein Video, der... Der hat seinen eigenen Namen nicht mal richtig geschrieben. Dieses Big Mac bannen den Weg-Meme verstehe ich auch nicht. Kann Big Mac Leute einfach wegbannen? Also generell aus dem Internet? Ja, schon, oder?